Oh, the Great Clock. Die große Uhr ist gestoppt. Was machen wir denn jetzt? Solange die Uhr kaputt ist, was? Scheiße, oh, oh, werden die Shuttle nicht fliegen. Na, schöne Scheiße. Und Stillskin kennen wir schon aus anderen Crystal Chronicles spielen. Ein berühmter Mughal oder Mugri, ja auch immer. Hm, die große Uhr ist also ein Defect. Wie krieg ich die repariert? Wie krieg ich die jetzt repariert? Hm, nee. So zum Beispiel. Ha, und schon geht sie wieder. New Resort Restort Clocked is Cowboy. Das war ja auch so schwer, das war ja noch Story passiert. No, Colour Meal. Äh, was? Okay. Okay, die Farben haben mich beeindruckt. Mein Name ist Stillskin. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder treffen werden. Nya, Stillskin. Danke. Ich kann... Ähm... Ich will schon mal weiter nach dem Shuttle, nach dem komischen Teil. Das sieht doch hier wie Bahnhof aus. Ja, das ist Bahnhof slash Shuttle. Ja, Shuttle Central Plattform. Ja, da will ich hin. Jetzt lieben sie mich auf einmal, Allah. Jetzt, wo ich was Gutes gemacht habe. Ah, Ubi. Ja, ich bin da. Ich denke, we're using our Shuttle so much today. Shuttle is bound for Fountain Park. Das ist gut. Gehen wir nochmal rein. Weg. Ich habe beobachtet. Ich glaube, das ist nur die komische Service Lady. Ich glaube, das ist nur die komische Service Lady. Ah. Wir können fliegen. Naja, zumindest direkt im Shuttle. Dürfte ich sie bitte darum zu bitten, ihre Fresse zu halten? Ich finde, mich so ihre Anlesenheit gestört. Ah, Ubi. Halt, Ubi, aufwecken. Was denn? Was habt ihr denn? Ja, ja, guck mich nicht so blöd an mit deinem Fragezeichen, mit deinem Hammer. Ach, geht nur ein Morscher. Au! Ey, mein Geld! Ihr Schweine! Na gut. Was? Ich habe überlebt. In dieser Stadt sollte man aufpassen, was man mit Leuten macht. Die schlafen oder überhaupt. Ja, Weehawks und Co. haben mir ja schon erzählt, dass es keine gute Idee ist, so ein riesiges Rollenspiel zu LP'n, also Blind, weil es gibt ja sonst was für Extrasachen. Da will ich gar nicht drauf aus, außer ich werde es im Spielverlauf so finden. Aber naja. Mallmugel, also ein Einkaufs... ...so, more... ...hah, was zum... ...hey, hey! Ich renne den Ding einfach mal hinterher. Hey, komm her zurück! Hey, komm her zurück! Huh? Wo hat sie gehen? Oh mein Gott! Was ist passiert mit dieser Frau? Ein kleiner Pest? Warum, du... Ja, das Ding hat ja was gestohlen, würde ich sagen. Was zum? Capture the naughty world. Oh, klasse. Warfell, die Wemo ist natürlich wieder gebraucht. Verbillige Minispielchen. Jetzt war es falscher. Falsch. Ha! Waa? Ey! Drecksbiest. Ha! Ah! Hey, ich erfülle hier nur meine Aufgabe, also. Jetzt gib mir endlich meinen scheiß Stein zurück. Also, gut zu wissen, dass man hier so übert die Aktion machen kann. Ups, das war doch falsch. Sorry. Okay, ich bin noch ein bisschen reich und macht ja auch nichts. Ach so, den muss ich auch noch eine gewisse Reichweite lang halten, na egal. Ihr Name ist Mia. Sie ist mein Pettferrin. Danke, für mich zu fressen. Naja, da sag ich mal nichts dazu. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Are crystal bearers that rare in the city? Oh, how rude of me. Hey, can I buy you some tea? Nah, ich bin kein tea-drinner. Come on, one cup. Let's go. Und schon wurde der Held wieder weggerissen. Für eine Tasse Tee nur. Hey, Lail, du sollst dich geerbt fühlen. Sehr schlecht. Du musst dich in der Stadt verhauen. Gleiches für dich, Mr. Crystal Bearer. Ne, was denn? Es ist nicht so strikt, wie es vorher war. Aber die Wahl ist die Wahl. Stimmt, die hauen mich ja schon, weil ich ein paar Leute mal hochgehoben hab. Crystal Bearers are abominations. That's what everyone believes. Abominations, also mon- Ab- Monstrositäten. Is that what you think, little miss? Me? I'm not afraid of you. Hm? Arrest that woman! What did I do? Oh, God. Hurry away! This guy's a bearer! So what if I am? Use of arcane arts. Obstruction of justice. Arrest this one too! Run! Darf ich jetzt denn nicht mal kämpfen? Durchs Fenster durch! Das ist nicht nochmal ein epischen Abgang. Ihr seid doch so fett bei dem Rücken. Ihr werdet mich nie fangen. Okay, mit Chocobus könnte es vielleicht klappen. Ey! Scheiße, was? Was ist passiert hier? Oh, nein. Oh, darf ich mal versorgen? Ich spür. Nein. Ich seh ein Minispiel kommen. Ich mach schon mal die Wi-Mode bereit. Ja, wir haben sie nicht. I want it. Ich schaff. Ich schaff. Ich schaff. Ich schaff. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh! 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 Oh!